Servus, Challenge Maxi Fans 2016. Wir stellen heute bei der TSG Augsburg Gewichtheberverein Kraftsportabteilung Workout 4 Barwork vor. Das Team hat 7 Minuten Zeit, dass jeder für sich ein One Rep Max aus dem Komplex Hang Squat Clean, Power Clean und Push Press findet. Das Gewicht liegt schon bereit für die erste Heberin und wir starten jetzt. Okay, 3, 2, 1, go! Never Fade Away Okay, 3, 2, 1, go! 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Outro Outro Outro